Weil ich will ja eigentlich noch ein Trackways-Rennen fahren, das habe ich nämlich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Wobei ich auch noch gehen machen muss. Was machen wir denn jetzt? Casino kann ich erst nachher machen. Nachtclub war ich gerade. Fahrzeuglagerhaus. Hier habe ich auch noch eine Mission, die ich da machen muss. In meinen normalen Dings. Oh, la, 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 la. Dann gehen wir mal nochmal in meinen Dings hier rein und machen da die Mission erstmal. Die Telefon-Dinge muss ich auch noch machen dann. Garage. Du Schmähn hast dich an deiner 5 Minuten Tarina verbrannt oder wat? Man. Man. so glaube ich aber nicht sie stehen auch noch fahrzeuge heute die walter wusste ich gar nicht mehr was ist denn das habe ich entdeckt die möhre was ist das denn für ein haufen ich wusste gar nicht dass ich da überhaupt noch ein auto drin stehen habe da draußen mein fahrzeug stehen schläft der chat leute was los gibt es fragen oder so wieso bin ich auch so ich bin ausgangene na ja ich will zu meinem auto wo ist das stand hier vorne Nee. Hä? Bist du jetzt komplett rum, oder was? Wo ist denn jetzt mein Auto? Ah, bin ich in die falsche Richtung gerannt, oder was? Glaub ich aber nicht. Glaub ich aber nicht, Junge. Kann doch nicht so wahr sein, dass das später alles sein soll, oder was? Bin ich aber wahrhaft in die falsche Richtung gerannt. Das ist doch wirklich nicht unfassbar, ja. Aufschlampe, lauf los, lauf, 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 la Da fragen, wie alt du eigentlich bist. Also nicht, dass ich dich jetzt irgendwie daran festmachen will oder so, aber ich möchte das ja auch mal so rein aus Interesse. Ich habe eine MK2, ja. Wäre die nicht. Aber ich habe die mir damals nur gekauft, um daraus halt, wo die damals rausgekommen ist, vielleicht mal ein paar Videos zu dem Zeitpunkt zu machen. Aber, ja. Oder halt generell, was im Livestream darüber zu erzählen, wenn die Leute mich gefragt haben und so. Ja. Sonst hätte ich mir die wahrscheinlich gar nicht gekauft. So, geparkt wie ein V-Life, würde ich sagen. So. Werde nächstes Jahr 30. Ich weiß, du hättest mich jünger geschätzt. Ja. Muss ich sagen. Aber. Ja, geil. Kannst du auch gerne mit Bock hast, gerne mal auf meinem Zweitkanal noch gehen und da gerne mal ein Abonnement hinterlassen und dir auch da gerne die Videos mal anschauen. Oder wenn du Lust hast, auch hier gerne die Videos anschauen. Ich weiß, wie weit sind die hier schon? Koffer am Deckel fehlt schon. Motor fehlt schon. Was, ups? Wieso ist denn hier doch noch Motor und noch alles drin? Mach dir auch was oder sitzt hier nur blöd rum? Hä? Schreiben wir schon noch dran hier. Anlagen noch drin, Auspuff noch dran, Stoßstangen noch dran. Motorbrett noch drin, das ist noch drin hier. Was sind das für ein Sauladen? Räder noch troffen. Junge, mach mal ein bisschen Eier hier. Wie wär's denn mal damit? Wieso geht die GTA 4 als Kategorie? Echt? Hab ich GTA 4 Nein gemacht? Triple. Oh, Mann, Mann, erst mal. Und dann muss man kurz schauen. Eine Minute. Hab ich echt GTA 4 Nein gemacht? Ich trottel. Nein, nee. GTA 5. Also laut Bild ist es GTA 5. Nicht GTA 4. Da ist ein Strich. vor dem... vor der 5. Oder? Oh. Oh, bin ich lost. Scheiße. Jetzt. Dankeschön für die Information. Sorry, völlig lost gewesen von mir. Aber bin wieder weg. Ja, wie immer. Schade. Das ist ein Vergehen-Tust. Na ja. Das sind wahrscheinlich gerade andere Leute online. Da bin ich wieder uninteressant. Wenn keiner online ist, dann kommt er, kommt er bei mir rein. Wenn keiner anderer da ist. Ah, ja, 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 komm. Da muss ich erst mal eine dampfen hier. Ich putz die Bank für dich, Bugi. Die Pflicht ruft. Du musst beschlafen. Okay. Dann angehen wir nach, Rudi, auf jeden Fall. Und noch einmal los. Komm. Wir stehen hier auf zwei Beinen. Schön einen wegräuchern hier. Schön einen wegblubbern. blub, 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 blub. Oh, ja, schön. Ich putze die Bank für dich, Junge. Oh, schön. Jetzt kann man es aushalten. Jetzt ist es schön. jetzt ist genüsslich immer schöner weg schnürbeln hallöchen janin turbo r32 die kuh moin moin schön ein weggeräuschert hier schön ein weggeräuschert ein bisschen spaß muss er nennt sich das ein ein bisschen spaß muss sein da kommen die likes von ganz allein ich steppe hier auf meinen telefon rum ein bisschen likes muss sein es muss mich an der beiden oder was hier sagt zerstörer die warten nennen mehr auch noch voll gerade auf china modus spiel juli die mieter schnapp du das könnte auch nur scheiß direkt dagegen Ich fahr, Mann. Ich seh's nicht. Taro ist, glaub. Nadel ist zumindest irgendwo bei Anschlag. Eck da. Ich hab's eilig. Nitro wäre hier noch was Geiles. Oh. Da hab ich auf den Chat geachtet. Oh. Verzeihung. Oh. Entschuldigung. Äh, ja. Kommt nicht wieder vor. Temperatur ist schon im Anschlag. Ich hab da extra deswegen die Motorhalle abgebaut, Mensch. Das ist die Temperatur noch mal, bis es schon kommt. Wir sind jetzt hier. Gibt's nicht noch ein paar Plus-BS oder was? Für die Uber hat's nicht mehr gereicht. Ist eilig. Ich denk's mal nämlich wie bei meinen anderen Waren hier. Dieあれllä ist kein behavedes Möpp. Möpp, 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 Möp, 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 Möpp. Möpp, Michael, Möp, 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 Möp. Möp, 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 Möp. Möp, 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 Möp. streue ich du guck mal wie man wagen aussieht ich habe mir gleich mal eine kleine gewichtsoptimierung vorgenommen das aerodynamisch noch ein bisschen was darum kommt ich meine sonst nicht so lassen das geht ja nicht ist dann mal gleich da seinen fünf kilometer sind wir da die autobahn geballert hier haben wir schön freigehuste das ding bis stotter stadt genügend ist das ding recht zu gelutscht hier das ding so richtig zu gelutscht kann man lutschen oder kutschen das land lange weil oder so schon halb ich nur sehr gerne selber ein bisschen spaß muss ja nämlich da sein das leben ist ernst genug da kann man ja wenigstens auch spaß machen stehe ich grüß dich guten dach eric ist es auch noch tampons heute für die ohren morgen für die nase der umwelt zuliebe heute das sonderangebot drei stück für einen preis wie weit muss ich noch fahren hier gibt es doch nicht junge 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 hallo hört ich mich nicht zeitversetzt kann doch sein ist das zeitversetzt aber da ist es ist es zeitversetzt weg hier mit den zaun hier war kein mensch hier so eine scheiße scheiben raus gekloppt war kein mensch wenn du bist dich ich hab's eilig meine güte also hier 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 ich hab mir das jetzt bisschen anders vorgestellt ach bricht nach haus beim piloten eine auge okay lalala das muss man jetzt machen ein es wird ich ich das ist ich es können